Laut ZDF müssen Taurus-Zieldaten vom deutschen Personal eingegeben werden. Ist das wirklich so? Das klingt absurd. Das Problem ist, dass ich es nicht besser weiß. Aber ich verstehe nicht, wieso das so sein sollte. Ich meine, wir können jetzt darüber debattieren, dass da wahrscheinlich Verschlüsselung im Einsatz ist. Und die könnte, die will man nicht unbedingt den Ukrainern übergeben. Aber die müsste man ja zumindest mit etwas Aufwand ändern können, den Schlüssel. Oder die Verschlüsselungsdaten bei der Eingabe. Wobei es nicht wahrscheinlich ist, dass das besonders kompliziert ist. Denn generell wird man Taurus nicht zuhauf an den Gegner verlieren, indem man sie sich erbeuten lässt. Die Zieleingabe, also das Programmieren, du fliegst dort und dorthin für den Marschflugkörper. Das zu Verschlüsselung ergibt nur Sinn, wenn man erwartet, der Gegner erwischt die Massenhaft. Und das ist ja nicht gerade wahrscheinlich. Und dann müsste es nur ein Interface sein, in das das programmiert wird. Also ich spekuliere hier mit etwas Informationen. Vielleicht weiß es jemand besser und kann es korrigieren. Und das ist tatsächlich der Fall, aber ich kann es zumindest nicht nachvollziehen, wieso dies deutsche Soldaten erfordern sollte aus genannten Gründen. Die werden es aus Kompetenzgründen aktuell können. Aber man wird die Ukrainer schon anlernen können, wie sie einen Computer damit verbinden und wie sie die Zieldaten in diesen Computer eingeben. Das kann nicht Raketenwissenschaft sein, denn dieses System arbeitet vor allem auch mit GPS. Und da ist das nicht das große Problem. Problem ist wohl eher, dass zum Beispiel der Taurus Abgleich mit Aufnahmen vom Boden macht, um so seine Route zu fliegen, wenn er gestört ist. Und da gab es, glaube ich, Debatten, dass die deutschen Daten zum Teil aus eigener Beschaffung kommen würden und so weiter. Dass man sozusagen den Ukrainern damit dann Karten übergeben müsste, die von Aufnahmen von gekauften oder selbst angefertigten Satellitenaufnahmen sind. Und das sei auch wieder irgendeine Art Beteiligung. Aber auch da sehe ich die wirkliche Problematik nicht. Also mich überzeugt das nicht. Wie gesagt, vielleicht bin ich da nicht ausreichend informiert. Aber ich muss sagen, mich überzeugt die Argumentation nicht. Denn ich sehe das hauptsächlich als Kompetenzproblem. Sofern ich hier nicht komplett ins Irre laufe, weil ich keine Ahnung habe, was zumindest eine Option ist. Also ich will hier nicht überhaupt nicht weiß es, dass es Unsinn ist. Nur es klingt für mich sehr nach Unsinn. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.